Bist du aufgeregt? Bisschen. Freundschaft. Freundschaft bedeutet Zuverlässigkeit. Das Band unserer Freundschaft ist sehr breit. Mit Freunden hat man Spaß, ist doch klar. Nach einem Streit sich wieder vertragen. Durch Siege und Niederlagen. Alles ohne Gewalt. Freundschaft braucht Zusammenhalt. Mit Freunden macht es Spaß zu teilen und zu verweilen. Gemeinsame Interessen haben und Dinge wagen. Zusammen spielen und Probleme wieder gerade biegen. Ja, das macht eine Freundschaft aus. Keiner ist eine graue Maus. Ob du jung oder alt bist, ist ganz egal. Freunde geben Mut und Kraft und geben aufeinander Acht. Keiner hat die Macht. Denn jeder lacht. Keiner hat die Macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017